Philippi V., genannt der Schöne aus der Dynastie der Carpetinger, war von 1285 bis 1314 König von Frankreich und König von Navarra. Er etablierte Frankreich als Großmacht in Europa und errichtete mit einer kompromisslosen Autorität ein modernes früh-absolutistisches Staatswesen, welches der mittelalterlichen französischen Monarchie eine bis dahin nie gekannte Machtentfaltung ermöglichte. Besondere Bedeutung besitzt seine Regentschaft wegen der Überführung des Papsttums nach Avignon und der Zerschlagung des Templerordens. Sein Beiname ist zeitgenössisch und bezieht sich auf sein Aussehen, welches dem Ritterideal seiner Zeit entsprochen haben soll. Leben Philipp war der zweite Sohn des Königs Philipps III, des Kühnen und dessen erster Ehefrau Isabella von Aragon, die 1271 starb. Sein älterer Bruder war der 1264 geborene Prinz Ludwig, der damit auch der designierte Nachfolger des Vaters war. Im Jahr 1274 verheiratete sich der Vater ein zweites Mal mit Maria von Brabant und brachte damit Unruhe in den königlichen Haushalt. Denn Maria von Brabant versuchte, ihren Einfluss auf das politische Tagesgeschehen gelten zu machen gegen die Partei der Königin Mutter Margarete von der Provence und des Kämmerers. Pierre de la Brosse Unterstützt wurde sie dabei vom Onkel des Königs Karl von Anjou, der über Maria seinen eigenen Einfluss auf die französische Politik festigen wollte. Karl von Anjou versuchte, das französische Königtum für eigene Interessen zu instrumentalisieren als Druckmittel gegen König Peter III. von Aragon, der ihm ein ernstzunehmender Gegner um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeerraum war. Gegenstand dieser Interessen wurde auch Philipp, der im Mai 1275 mit der Ebene des Königreichs Navarra und der Grafschaft Champagne, Johanna I., verlobt wurde. Navarra sollte so in eine gemeinsame Front gegen Aragon eingespannt werden. Als im Jahr darauf der Kronprinz verstarb, fiel darüber Pierre de la Brosse, der des Giftmordes angeklagt und anschließend hingerichtet wurde. Obwohl der Kämmerer Maria von Brabant der Tat beschuldigt hatte, verdrängte diese und mit ihr Karl von Anjou die Königin Mutter vom Hof. Philipp selbst stieg damit in der Nachfolge an die erste Stelle auf. Nachdem Karl von Anjou in der Sizilianischen Vespa 1282 die Insel Sizilien an Aragon verloren hatte, gewann er den Papst für sich, der zu einem Kreuzzug gegen Aragon aufrief. König Philipp III. entschloss sich auf Drängen seiner Frau, dieses Unternehmen durchzuführen. Die ablehnende Haltung Prinz Philips ignorierte er dabei. Der Feldzug wurde ein Desaster, den der König im Oktober 1285 in Perpignan mit dem Leben bezahlte. Philipp ließ den Feldzug umgehend abbrechen und nahm diplomatische Kontakte zu Aragon auf. Am 6. Januar 1286 wurde Philipp in der Kathedrale von Reims zum König gekrönt und gesalbt. Seine erste Regierungsmaßnahme war die Beseitigung der Grabenkämpfer am Hof, indem er Maria von Brabant von dort verdrängte und die Großmutter Margarete von der Provence zu einem Rückzug in ein Kloster bewegen konnte. Philipp gedachte seine Herrschaft über einen königlichen Rat auszuüben, was zwar nicht ungewöhnlich für einen König seiner Zeit war, wohl aber dass er sich bei der Besetzung dieses Rates auf qualifizierte Personen wie Rechtskundige und Finanzfachleute verließ, ungeachtet ihrer ständischen Herkunft. Die bekanntesten von ihnen waren Pierre Flote, Guillaume de Nogaret und Engaran de Marigny. Auch ließ Philipp im verstärkten Maße getroffene Entscheidungen dieses Rates von einem seiner Vertreter öffentlich verkünden und begründen, was in seinem Umfeld den Eindruck erweckte, der König sei von seinen Ratgebern abhängig und werde von diesen beherrscht, eine Frage, die noch heute die Geschichtswissenschaft beschäftigt. Der Bischof von Pamirs Bernhard Seisset urteilte nach einer Audienz bei dem König. Der König war nicht Mensch noch Bestie, sondern eine bloße Statue. Eine bedeutende Erneuerung in Philipps Regierungszeit war die von ihm vorangetriebene Etablierung eines institutionalisierten Justizwesens und die damit verbundene Entstehung der Rechtswissenschaften. Philipp griff dabei auf die Provinzparlamente zurück, die dem König ursprünglich als ratgebende Organe dienten, welche er in königliche Gerichte umwandelte, die fortan das Recht vertraten und durchsetzten. Da die Richter aller Parlamente von der Krone ernannt wurden, wurde das königliche Recht zu einem staatlichen Recht und damit zu einem Instrument königlicher Machtausübung. Diese Justiz basierte besonders auf dem römischen Recht, welches vor allem von dem Legisten aus den Rechtsuniversitäten des Languedoc vermittelt wurde und den König zu der Auffassung gelangen ließ, Kaiser in seinem Reich zu sein. Zu diesem Zweck wurden die Universitäten von Montpellier und Orleans gegründet. Die Gerichte des Adels oder der Geistlichkeit wurden dadurch zunehmend verdrängt. Philipp berief sich in seinen machtpolitischen Auseinandersetzungen in erster Linie auf sein königliches Recht, welches er gegen alle seine Gegner, ob unbordmäßige Untertanen oder dem Papst, verwendete und nicht davor zurückschreckte, dieses auch mit Waffengewalt durchzusetzen. Dabei nahm er keine Rücksicht auf althergebrachte Rechtsauffassungen oder Traditionen des Gewohnheitsrechts, womit seine Herrschaft unter seinen Zeitgenossen den Anstrich einer Tyrannei erhielt. Ein weiterer Meilenstein unter Philipps Regentschaft war der Durchbruch des dritten Standes der Bürger als eine politische Größe in Frankreich. Wie kein anderer König vor ihm stützte Philipp seine Macht auf diesen wirtschaftliche starken Stand als Verbündeten gegen den auf Privilegien, pochenden Adel oder gegen die viel zu selbstständige Geistlichkeit. In seinem Konflikt mit dem Papst ließ Philipp 1302 den dritten Stand erstmals Sitze im königlichen Parlament einnehmen, weshalb er damit als Begründer der Generalstände angesehen wird. Zweck dieser Maßnahme war die Demonstration eines geschlossenen Volkswillens gegen den Machtanspruch des Papstes. Zudem gab Philipp zu diesem Anlass dem Gremium erstmals eine geregelte Form und arretierte dieses in Paris. Philipp war seine gesamte Regierungszeit bedingt durch sein hohes außenpolitisches Engagement mit finanziellen Lasten verbunden, die ihn ständig dazu zwangen, neue Einnahmequellen zu erschließen. Dabei griff er neben Steuererhöhungen und der Besteuerung des Adels und des Kleros in besonderen Maßen auf Verringerungen des Edelmetallgehaltes neu, geschlagener Münzen und auf mehrfach vorgenommene Entwertungen älterer Münzen zurück. Mittels polizeistaatlicher Mittel zwang er seine Untertanen dazu, seine schlechten Münzen zu benutzen, was ihm den Ruf eines Fallmünzerkönigs eintrug. Im Gegenzug führte diese Politik zu einem Bedeutungsverlust der Münzen des Adels und der Bischöfe, die einst ihr Münzrecht von der Vergabe königlicher Privilegien seitens Philipps Vorgänger bezogen und damit ihre wirtschaftliche Stärke begründet hatten. Im letzten Jahr seiner Regierung formierte sich deshalb der Adel in denjenigen Provinzen, welche sich gegen diese Eingriffe der Krone in die Münze und gegen die immer höhere Besteuerung auch mit Waffengewalt zu Wehr zu setzen bereit war. Im Zusammenhang mit der Gewinnung neuer Finanzmittel steht auch neben der Zerschlagung des Templer-Ordens 1307, die 1306 vorgenommene Ausweisung von über 100.000 Juden aus Frankreich und der damit einhergehenden Enteignung ihres Vermögens. Erst Philipps Sohn gewährte ihn die Rückkehr. Gleiches wiederholte er in den Jahren 1309 bis 1311 mit den Lombarden, das heißt den italienischen Kaufleuten und Bankiers. Letztlich hatten all diese Maßnahmen kein Erfolg. Seinem Nachfolger hinterließ Philipp eine leere Kasse. Philipps Tod am 29. November 1314 nach einem Jagdunfall wurde von seinen Untertanen als Befreiung von einer Gewaltherrschaft angesehen. Viele seiner engsten Ratgeber wurden von seinen Söhnen verbannt oder gar hingerichtet. Seine schärfsten polizeilichen und Fisker in Zwangsmittel wurden zurückgenommen. Und doch wurden seine administrativen und politischen Neuerungen bewahrt und fortgeführt. Letztlich hinterließ er ein in seinen Fundamenten gefestigtes Königtum, welches sich seit ihm als ein Staat definierte und diesem die Kraft verlieh. Auch die gefahrvollsten Stürme wie den Hundertjährigen Krieg zu überstehen. Bestattet wurde er in der Abtei von St. Denis, deren Grablegungen seiner Vorgänger er neu gestalten ließ. Bei der Plünderung der Königsgräber von St. Denis während der Französischen Revolution wurde sein Grab am 19. Oktober 1793 geöffnet und geplündert. Seine Überreste wurden in einem Massengrab außerhalb der Kirche beerdigt. Der Akitanische Konflikt Einen grundsätzlichen Konflikt erbte Philipp von seinen Vorgängern in Bezug auf das Verhältnis der französischen Krone zum englischen König. Seinen Ausgangspunkt hatte er nach der Zerschlagung des sogenannten Angewienischen Reichs der Dynastie-Plantagen je durch Philipps Ururgroßvater, Philipp II. August im Jahr 1204 was zu einem Verlust nahezu aller festländischen Territorien für die Plantagenetz führte. König Heinrich III. von England scheiterte mit dem Versuch, diese Gebiete zurückzuerobern und erkannte im Vertrag von Paris seinen verringerten Besitzstand in Frankreich an, der sich um die Gaskon und den Westen des alten Aquitanien konzentrierte. Zudem verpflichtete er sich und seine Nachkommen, für diese Gebiete den französischen König als Lehnsherren anzuerkennen und diesem entsprechend zu huldigen, womit die englischen Könige unter die Pässe von Frankreich aufgenommen wurden. Die Beendigung dieses Lehnsverhältnisses setzte sich König Édouard I. von England zum Ziel und versuchte die Herauslösung der Guyen aus der französischen Oberhoheit zu erreichen, was nur auf deren Kosten zu bewerkstelligen gewesen wäre. Philipp lehnte diese Bestrebungen ab und erreichte erfolgreich nach seinem Herrschaftsantritt 1286 die geforderte Huldigung Édouard. Dennoch kam es zu fortgesetzten Spannungen zwischen beiden Herrschern insbesondere in den rechtlichen Verhältnissen, zu welcher der englische König zu dem französischen zu stehen habe. Zu einem kriegerischen Konflikt artete dieser Streit 1293 aus, nachdem es im Hafen von Boulogne zu Übergriffen englischer Seeleute auf französische gekommen war, bei dem es zu einigen Todesopfern kam. Philipp zitierte Édouard nach Paris, damit dieser vor dem Pestgericht für diesen, für damalige Verhältnisse an sich belanglosen Vorfall, Stellung nehmen solle. Doch Édouard war zu diesem Zeitpunkt mit einer um sich greifenden Erhebung der Schotten gegen die englische Herrschaft beschäftigt und war daher auf der Insel unabkömmlich. Édouard bot stattdessen einen Kompromiss an. Philipp sollte seine Burgen in der Guyen besetzen als Strafmaßnahme für sein Versäumnis vor dem Gericht zu erscheinen. Nachdem er die Revolte in Schottland beendet habe, wolle Édouard nach Frankreich kommen, um sich zu verantworten. Dabei sollte es zu einer erneuten Huldigung kommen, wonach Philipp ihn erneut mit der Guyen belehnen sollte. Auf diese Weise würden beide Monarchen ihr Gesicht wahren und Philipp konnte sich außerdem als milltätiger Herr gegenüber seinen Vasallen erweisen. Tatsächlich besetzte Philipp 1294 einige Burgen Édouard, doch forderte er ihn erneut auf unverzüglich vor dem Gericht zu erscheinen, mit der Drohung ihn seiner Lehn für verlustig zu erklären und diese der Kronen Domäne einzugliedern. Dies bedeutete faktisch den Beginn eines Krieges zwischen beiden Königen. Der Flandernkrieg, Édouard, von England fand im Grafen Guido I. von Flandern einen Verbündeten, dessen Interessen ähnlicher Natur waren. Der Graf von Flandern konnte sich einst nur mit Hilfe der französischen Krone im flämischen Erbfolgekrieg gegen seine Halbbrüder behaupten. Auf Kosten von Machteinbußen seiner gräflichen Würde, König Philipp der Schöne stützte seinen Einfluss in Flandern vor allem auf die Patrizier in den Städten. Obwohl diese ihre wirtschaftliche und politische Stärke durch ihren Tuchhandel mit England begründeten, waren sie auf gute Beziehungen mit dem König bedacht, der ihre Handelsprivilegien mit England akzeptierte und sie vor dem Zugriff eines starken Grafen schützte. Graf Guido strebte danach, seine gräfliche Würde zu ihrer alten fast souveränen Stellung zurückzuführen und sich vom königlichen Einfluss zu befreien, womit er zu einem Gegner König Philipps wurde. Im Jahr 1294 nahm Graf Guido enge diplomatische Beziehungen zum König von England auf und verlobte eine seiner Töchter mit dem Prinz auf Valis. Philipp verweigerte seine dazu notwendige Einwilligung und der Graf musste nachhaltige Treue schwören. Dennoch setzte der Graf seine Politik fort und gewann in Grémont den deutschen König Adolf von Nassau, der ein Erstärken Frankreichs im lothringisch-niederländischen Raum verhindern wollte und weitere Reichsfürsten für seine Sache. Nachdem Philipp den Grafen aufforderte, diese Handlungen zu erklären, kündigte dieser am 20. Januar 1297 sein Versalitätsverhältnis zu Frankreich auf. Der König berief darauf ein Pestgericht ein, welches den Grafen des Hochverrats und der Felonie verurteilte und ihm sein Lehn entzog. Weiterhin erreichte Philipp beim Papst die Verhängung des Kirchenbands über Graf Guido und des Interdikts über Flandern. Die militärische Bekämpfung des antifranzösischen Bündnisses ging Philipp entschlossen an. In die Guyenne entsandte er seinen Bruder Karl von Valois, der dort nur auf geringen englischen Widerstand stieß und nach einer erfolgreichen Unterwerfung dieser Provinz 1295 sein Heer nach Flandern führte. Dorthin hatte inzwischen Graf Robert II. von Ard war einhergeführt, wo er eine Stadt nach der anderen wie Kortrieg, Dünkelchen, Bergen und Brügge einnehmen konnte. Begünstigt wurden diese schnellen Erfolge durch die für Frankreich positiv gesinnten Patrizier und der dem Grafen versagten Unterstützung des deutschen Königs, der mittels einer Zahlung französischen Goldes und nach päpstlichem Druck auf einen Krieg trotz seines Bündnisses mit Flandern und England verzichtete. Nachdem die königlichen Truppen am 26. August 1297 Lille eingenommen hatten, war Graf Guido, der sich nur noch in Gendt halten konnte, bereit unter päpstlicher Vermittlung am 9. Oktober in Weif-Saint-Bavon einen Waffenstillstand einzugehen. Dieser wurde 1298 in Tournee um zwei Jahre verlängert. Nach Auslaufen des Waffenstillstandes 1300 gab Graf Guido den Kampf auf. Bereits ein Jahr zuvor wurde sein einzig wirklicher Bündnispartner, Graf Heinrich III., von Bar gefangen genommen und Eduati, versöhnte sich mit Frankreich, nachdem Philipp die Besetzung der Goyenne aufgehoben hatte und diesen seine Schwester, wie auch dem Prinz auf Wales seine Tochter zur Frau versprochen hatte. Eine Weiterführung des Kampfes war für den Grafen unter diesen Umständen aussichtslos. Trotz des Ehrenwortes Karls von Valois auf ein freies Geleit wurde Guido mit seinem ältesten Sohn Robert von Bethune bei der Zusammenkunft mit dem König von diesem in ritterlicher Haft genommen, Guido in Compiègne, Robert in Bourges. Flandern wurde der Verwaltung königlicher Stadthalter anvertraut. Philipp erschien persönlich 1301 in Flandern, wo er die Seeblockade Gens durch Eduati von England auflöste und neue Festungen anlegte. In einem 1301 in Brügge unterzeichneten Vertrag wurden die neuen Herrschaftsverhältnisse bestimmt. Trotz dieses Erfolges büßte die Krone in der flämischen Bevölkerung schnell an Ansehen und Rückhalt ein. Ausschlaggebend war hier Philipps rigide Finanzpolitik, der trotz des Endes des Krieges die erhobene Kriegssteuer nicht abschaffen wollte. Dies versetzte die schon seit längerem sozial benachteiligten Handwerker in Aufruhr, welche einige Häuser der wohlhabenden Patrizier und Tuchhändler angriffen. Daraufhin ließ der Stadthalter Jacques de Chatillon die Städte Brügge und Gent mit einer Besatzung versehen. Doch am Morgenläuten des 18. Mai 1302 drängen die Bürger von Brügge in die Unterkünfte der königlichen Soldaten ein und töteten wahrscheinlich mehrere hundert von ihnen. Der Aufstand ergriff alle flämischen Städte, die sich hinter dem Grafen Johanni von Namur einem jüngeren Sohn Graf Gidus sammelten. Philipp reagierte darauf mit der Entsendung eines Heeres unter Robert von Atwar. Wieder erwarten wurden die französischen Ritter am 11. Juli 1302 in der Schlacht der goldenen Spuren bei Cotric von dem Bürgerheer der Flamen vernichtend geschlagen. Mehr als 700 Ritter verloren ihr Leben, darunter die gesamte militärische Führung Frankreichs. Unter dem Eindruck dieses Schlages einigte sich Philipp mit Edoati von England im Frieden von Paris 1303 auf eine Rückkehr ihrer Beziehungen auf den Status vor Beginn ihres Krieges. Zu einer Lösung der grundlegenden Probleme zwischen den Monarchen ist es dabei nicht gekommen, womit dieser Konflikt noch unter ihre Nachkommen weitergetragen wurde und erst mit dem Ende des Hundertjährigen Krieges auch sein Ende fand. Philipp allerdings gewann somit freie Hand und sogar die Unterstützung Edoatsch gegen Flandern, indem der englische König die flämischen Kaufleute aus England verwies und somit den wirtschaftlichen Druck auf die Aufständischen erhöhte. Philipp zog am 22. Juli 1304 in Arras ein neues Heer zusammen und zog am 9. August in Tournee ein. Wenige Tage später vernichtete seine Flotte unter Ranier-Rohgrimaldi-Basirixi die überlegene Flotte der Flamen und am 17. August 1304 siegte schließlich das französische Heer angeführt vom König in der Schlacht bei Mons-en-Pevle. Ungeachtet dieser Erfolge sollte Philipp zu seinen Lebzeiten Flandern nie vollständig befrieden können. Am 24. Juni 1305 unterzeichnete der neue Graf von Flandern Robert III. den Frieden von R.S.S.U.R. Orge, indem er wieder unter die Oberhoheit Frankreichs zurückkehrte. Die Burg Vogtainel, Duay und Bethune mussten an die Krone übergeben werden. Weiterhin wurden den flämischen Bürgern erdrückende Entschädigungszahlungen und die Schleifung ihrer Stadtbefestigungen auferlegt. Die in den vergangenen Jahren zu politischem Selbstbewusstsein erlangten Bürger lehnten diesen Vertrag aber ab, weshalb die Krone über die Städte Flanderns faktisch keine Kontrolle erreichte. Der königliche Großkammerherr Engerrand de Marigny handelte im Juli 1312 in Pontois die flondrischen Abtretungen aus, wonach die Krone im Besitz der drei Vogtain blieb und zugleich auf den finanziellen Ausgleich verzichtete. Doch auch dies konnte den Frieden nicht erzwingen. Nach Philips Tod sollten die Flamen unter der Führung Graf Roberts III erneut gegen die Krone aufbegehren und erst 1320 unter der Regentschaft Philips V. des Langen zu einem endgültigen Frieden auf Basis des Vertrags von Pontois bereit sein. Der Ausgang dieses Konflikts steht den Motivationen König Philips IV. zu dessen Beginn 1297 entgegen. Zwar hatte er das flämische Grafenhaus wieder unter die Bordmäßigkeit Frankreichs gezwungen, doch emanzipierten sich im Gegenzug die flämischen Bürger in ihren Städten von der königlichen Hoheit, die sie nur noch formell anerkannten. Dies begründete die faktische Souveränität Flanderns nördlich der Lies, doch sollte dieses reiche Land erst in den Verträgen von Aros 1482, Senles 1493 und Combré 1529 dem französischen Königreich gänzlich verloren gehen.